Hallo mein Freund, darf ich Sie mal ansprechen? Haben Sie Lust in eine Stadt zu ziehen, wo sich der Bürgermeister um alles kümmert? Wo es Bildung, Altersheim, Krankenhäuser, Feuerwehr, Polizei gibt? Wo Ihre Wohnung am Wasser ist, in einer wunderbaren Gegend? Dann kommen Sie in Pitos Nest, weil hier spricht der Bürgermeister. Und damit herzlich willkommen Leute zu einer weiteren Folge City Skylines auf meinem Kanal. Hier spricht nochmal ganz kurz der Bürgermeister. Ihr könnt auf dem Video auch ein Like und wenn euch der Kanal gefällt auch ein Abo dalassen. Für euch ist es kostenlos und mich und meine Stadt würde das mega unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So beim letzten Mal am Ende gab es wohl ein kleines Stromproblem, von dem gerade nicht berichtet wurde. Fragt mich mal einer wieso, das große Problem ist gerade, wir haben 3000. Heißt im Durchschnitt, wenn ich jetzt wieder weitermache, gibt es keinen Strom. Wo könnte man das nachsehen? Ich glaube da. Ja. Im gelben Bereich. Ich habe keine Ahnung, wenn es weitergeht, wie es weiterläuft. Heißt im Durchschnitt, der Bürgermeister muss jetzt mal schnell zur Bank gehen. Scheiße. Nehmen wir uns mal einen Global Kredit inklusive oder wie das heißt. Dann zahlen wir den Silver Sunset Bank Kredit mal schnell zurück, die 8k. Dann kommen wir immer noch einen Kredit genäht, falls es nochmal Probleme gibt. So, jetzt haben wir 55.000 auf der Hand. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach da noch ein Kraftwerk hin. Und dann geht es los. Ja, Stromproblem behoben. Aber wir sehen, ganz ganz hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Ich habe ja gesehen, der Fluss hat ja... Ruhe. Der Fluss hat ja zwei Seiten. Und da sieht es ja aus, ob da auch ein dicker Verkehrsstaudien in der Zeit ist. Ja. Dann muss wahrscheinlich das hier... Janke Residenz. Mal ganz kurz... Ja, ich weiß nicht, was zu Geräusche das sind. So, das ist eine... Sechsspurige Autobahn. Die kostet mich 20.000, um überzulegen. Wer glaubt, wird selig. Der wird eine Vierspur übergelegt. Die kostet auch 14.000. Alles nicht so geil. Jetzt, ich sehe, brauche ich noch eine davon. Weil es ist hin und zurück. Gut. Und dann, Leute, legen wir mal ganz kurz... Neues Wohnviertel an. So. Ziehen wir das auch. Können wir nicht mit der Autobahn verbinden. Einfach sagen, so hier. Zack. Das erste. Das ist ja ganz wichtig. Straßenzill. Geld. Mondstation 2 Richtungen. Komm, das ist ja auftippt. Ne, das kann man nicht drüber bauen. Lärmbelästigung. Stimmstopp mal ganz kurz. Jetzt reißen wir mal schnell die Straße hier ab. Jetzt fragen wir, in welche Richtung jetzt was geht. Ich habe keine 12.000. Ich brauche Strom und Wasser. Die Mondstation ist natürlich ja super. Dann legen wir mal schnell Wasser erstmal rüber. Hier. Und wir haben ja kein Geld mehr. Aber wir müssen Geld rankommen. Guck, wie das abgeht. Ah, weil da die Mondstation ist, wollen sie doch nicht mal rein. Äh, raus. Boah, jetzt dauert sich das aber hier. Boah, ich glaube, ich nehme jetzt nochmal einen 20.000er Kredit. Den haben wir gar nichts mehr. Den müssen wir jetzt gut handhaben. Und lege nochmal hier eine Brücke. Und reißen auch diese Straße ab. Ja, Ruhe. Gucken Sie mal. Dann geht das nämlich so. Zack, 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 zack. Dann fahren sie da rein. Ja, das ist die Erwerbsbelastung immer noch riesig da. Ja, das ist alles rot. Ja, und das ist hier zu wenig. Mein Gott. Warum kümmern wir uns später? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Vielleicht können wir irgendwie die Verkehrsbelastung irgendwie mit da noch ein bisschen ausgleichen. Was geht hier ab? Warum so viele Autos auf einmal? Warum? Warum sind es so viele? Hä? Einsprüche schaßen kann ich auch nicht machen, weil dann... Alter, das ist 66%. Ja, das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Aber wir machen doch die Maunenstation auf. Aber das ist dumm gewesen, oder? Stopp, nee, du kannst es verschieben. Äh, stopp, ab, hoch, ab, hoch. So. Fiege ich denn keinen Strom, oder was? Würde ich schon sagen. Ich mache auf der einen Seite auch Mount. Das ist mir jetzt egal. Ey, die Autos, wenn da alle Autos auf der Mannschaft zu lang fahren. 12.000. So. Jetzt habe ich mir dann gleich wieder mit der Straße was zu verbinden. Warum machen wir so wenig? Das wird immer weniger. Was passiert hier gerade? Was, wir machen hier? Stopp, 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 ab, hoch. Was geht gerade ab? Wieso herrscht gerade Strommangel? Was geht jetzt ab? Warum verbrauchen wir jetzt auch immer so viel Strom? Weil die kein... Nicht nur Treibstoff. Warum kriegt ihr keinen Treibstoff? Stopp. Okay, 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 okay. Hier ist einfach ein Riesenproblem. Aus irgendeinem Grund bin ich jetzt im Minus sofort. Ich kann auch kein Darlehen mehr aufnehmen. Ich ziehe das einfach jetzt mal aufs Maximum hier. Habt ihr halt riesige Kosten. Aber vielleicht klappt das. Ja. Erstmal kein Strommangel mehr. Das ist gut. Dadurch gehen das Minus auch runter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kümmern euch bitte um mehr Strom. Okay, dann kümmern wir uns wieder nach. Wir müssen mal wieder an Plus kommen. Wie viel Strom haben wir denn jetzt über? Brände? Ich hab grad viel zu tun. Warum hast du gar keinen Treibstoff mehr? Ja, starker Treibstoffmangel. Ich seh schon, wieso. Ich seh schon das Problem. Komm bitte alle wieder. Bitte. Bitte, hör doch auf. Was ist denn das hier? Ja, das kann ja nichts machen. In Gottes Willen. Wir müssen einen Anbau machen. Zweiten. Wie viel kostet es, wenn ich mir das Gebiet da kaufe? 3600. Das hab ich fast. Dann müssen wir eine Straße irgendwie legen. Zum Betrieb. Wie so eine Abzweigung. Warum mehr Wohngebiete? Ja, kann ich grad nicht. Ist doof. Alles doof. Kaufen. So. Stopp. Jetzt lege ich das. 3000 brauche ich. Ruhige 3000. Ob wir das Verkehrsproblem beim nächsten Abproben bekommen. Das weiß kein Mensch. Das seht ihr aber trotzdem in der nächsten Folge. Für heute war's das. Hau rein. Ciao, ciao. Wir können Sie verletzsche Chance. Also in Games und CPU den ist das. Wir sehen uns. Wir sehen uns. also sehen uns.